Wie schwer ist es, E-Bass zu spielen? Die Frage kommt natürlich sehr, sehr oft. Da stellt man sich die Frage, okay, ich möchte ein Instrument lernen. Vielleicht hat man schon mal angefangen, Klavier zu spielen oder mit der Blockflöte begonnen oder vielleicht mit der Gitarre. Dann kommt immer die Frage, okay, was ist denn schwieriger? Ist es schwieriger, Bass zu spielen als Gitarre oder schwieriger als Klavier oder ist Bass das Allereinfachste? So gesehen, am Anfang ist es tatsächlich meiner Meinung nach einfacher, Bass spielen zu lernen als Gitarre. Klar, man hat weniger Seiten, normalerweise vier Seiten, nicht wie bei der Gitarre gleich sechs. Man spielt die Töte zum Großteil einzeln, nicht wie bei der Gitarre oder bei einem Klavier, dass man gleich alles auf einmal Akkorde spielen muss und die Akkorde spielen kann. Deswegen ist es am Anfang tatsächlich ein bisschen einfacher, auf einem Bass Songs zu lernen. Die normalen Basslinien von Songs sind auch etwas einfacher. Man muss nicht gleich ein Solo spielen können, wie vielleicht bei einer Gitarre. Deswegen ist der Anfangsschritt, Bass zu lernen, definitiv einfacher als für viele andere Instrumente. Ab einem bestimmten Level. Es ist aber meiner Meinung nach so, dass jedes Instrument gleich schwer zu spielen ist. Wir haben dann alle die gleichen Voraussetzungen und Probleme beim einen Instrument. Klar, es sind andere Sachen wichtig, die man können muss beim Bass spielen. Es ist vor allem wichtig, dass man ein gutes Timing, ein Verständnis für Groove hat und natürlich auch ein Harmonieverständnis und Melodien spielen kann. Denn Basslinien sind im Grunde nichts anderes als Melodien, die nur etwas einfacher aufgebaut sind und sich immer wieder wiederholen. Das heißt, Bass spielen lernen ist am Anfang etwas einfacher als vielleicht so manch anderes Instrument. Mit der Zeit ist es aber so, dass man da genauso viel dran arbeiten muss, wie mit jedem anderen Instrument auch, wenn man wirklich gut werden will. Vorteil beim Bass spielen ist, man kann schnell Songs lernen. Die ersten Songs kann man innerhalb von einer Unterrichtseinheit eigentlich schon spielen. Schwierigkeiten beim Bass spielen sind die etwas größere Halsform als jetzt bei einer Gitarre. Das macht es natürlich etwas schwieriger. Man muss von der Technik her mehr darauf achten, dass man eine gute Technik, eine gute Spieltechnik entwickelt und sich da nicht Fehler aneignet und dadurch sein Spiel irgendwie begrenzt. Beim Bass spielen ist es so, dass man das Bindeglied zwischen Rhythmus und Harmonie ist, also zwischen dem Schlagzeug und den Harmonie- und Melodienstrumenten. Das heißt, man muss eigentlich als Bassist diese Aufgabe auch ausfüllen wollen. Also man muss sich bewusst sein, dass man im Normalfall nicht unbedingt vorne im großen Scheinwerferlicht steht und ganz vorne als Frontman da ist, also man singt vielleicht dazu auch noch, sondern man hat eher eine Funktion, die alle anderen Instrumente innerhalb der Band unterstützt und das Bandgefüge zusammenhält. Wir sind mehr oder weniger so der Kitt und der Lime zwischen den einzelnen Instrumenten und versuchen, die alle zusammenzubringen und als homogene Band gut klingen zu lassen. Das ist unsere Aufgabe. Natürlich gibt es auch viele Bassisten, die sehr virtuos spielen und im Vordergrund stehen und da unglaublich tolle Sachen machen und glänzen. Man darf aber nicht vergessen, dass das die Minderheit ist. Der Großteil der Bassisten ist dafür da, um die Band zusammenzuhalten. Einen guten Groove, gutes Timing, gutes Harmonieverständnis, dann ist man auf dem richtigen Weg. Weitere Infos gibt es immer bei mir, bei bassmeup.de, im Blog, beziehungsweise auch hier in meinem YouTube-Kanal. Abonnieren nicht vergessen, am besten auch gleich das Glöckchen anmachen, dann bekommst du immer eine Nachricht, wenn es ein neues Video von mir gibt, rund um Bass, Bassspielen und alles, was so dazugehört. Ich freue mich, dich mal wieder zu sehen. Bis denn. Ciao. Bis bald.